Musik Heute bin ich in Isabeca und spreche zum Thema Innenpolitik und Spionageaffäre der NSA. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass der US-Geheimdienst NSA im großen Stil die Kommunikation von den deutschen Bürgern auskundschaftet. Es ist ein Skandal, dass unsere aktuelle Regierung angeblich nichts davon wusste und versucht, das Thema zu verdrängen oder es klein zu halten. Über das Programm Prison hinaus erlaubt das Programm X-Keyscore angeblich eine allumfassende Überwachung von Internetnutzern. Es ist beunruhigend, dass die deutschen Geheimdienste angeblich ohne Gesetzesgrundlage genau dieses Programm bereits testen. Ist unsere Bundesregierung dabei, den Rechtsstaat zu umgehen, statt ihn zu verteidigen? Unsere Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht unter Generalverdacht des Terrorismus gestellt werden. Die SPD fordert deswegen eine sofortige, lückenlose Aufklärung dieser Fragen von der Bundesregierung. Ich möchte Ihre Bürgerrechte schützen und mich als Bundestagsabgeordneter für diese Persönlichkeitsrechte und den Schutz Ihres Unternehmens auch im Internet einsetzen. Die SPD sagt Nein zu einem Überwachungsstaat. Unterstützen Sie mich dabei. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Verrationspost-Währe hinter Malaysia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.